Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es mit Teil 2 zu Lithium weiter. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und neben mir sitzt wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emmerich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja Peter, heute geht es weiter mit Lithium. Das haben wir ja in der vergangenen Folge schon angekündigt und uns intensiv damit beschäftigt. Heute steigen wir tiefer ein, denn Lithium ist ein Element im Periodensystem und trägt dort die Ordnungszahl 3. Es steht in der IUPAC-Gruppe, also der Gruppe der Alkalimetalle und gehört so zu den Leichtmetallen. Und Peter, wie Du sicher weißt, besitzt es die geringste Dichte der festen Elemente. Ja, Benjamin, in der Natur kommt Lithium aufgrund seiner hohen Reaktivität nicht elementar vor. Lithium als Verbindung Lithium-Nitrit beispielsweise findet sich oftmals bei völlig trockener Luft in einer stabilen Form. Aber wie alle Alkalimetalle reagiert Elementars Lithium schon bei Berührung mit Hautfeuchtigkeit zu schweren Verätzungen und Verbrennungen. Daher sind viele Lithiumverbindungen im Gegensatz zu Natrium- und Kalimverbindungen als gesundheitsschädlich eingestuft. Eine Substanz, die man doch mit entsprechendem Respekt begegnen sollte. Lithium wird ja allgemein immer als Spurenelement bezeichnet, wobei hier die Wissenschaftler sich ja noch nicht ganz einig sind, ob es denn jetzt für den menschlichen Körper essentiell ist, das heißt zum Leben notwendig, oder eben nicht. Dass es im Körper vorkommt, ist gesichert. Aber ob es für den Stoffwechsel notwendig ist, hier scheint keine Klarheit zu herrschen. Ja, und es wird noch sicherlich viele Jahre die Wissenschaft beschäftigen, hier das absolute Nobung zu erreichen. Denn ein Professor an der ETTH in Zürich, Prof. Dr. der Medizin, Michael Ristow, ist nämlich ein führender Forscher des Energiestoffwechsels. Und sein Spezialgebiet ist die Alterforschung. Die Alterungsforschung, das bedeutet, was führt zum Altern und was hindert uns, schneller zu altern, nämlich, dass wir jung bleiben. Das wäre auch eine spannende Sendung, die wir mal machen können, der Jungbrunnen bei Wir, Du Natur. Naja, also kurzum, dieser in Lübeck geborene deutsche Internist findet heraus, dass Lithium in der Tat zu einem der bekanntesten Antioxidantien, wie die Beta-Carotin aus der Karotte, das Vitamin A beispielsweise oder den Vitamin E, eine große Bedeutung haben für eine höhere Lebenserwartung. Denn er hat in einem Modellorganismus eines Fadenwurms namens Cenoraptitis Eleganz zeigen können, dass hohe Lithiumkonzentrationen die Lebenserwartung dieses Fadenwurms deutlich steigern konnten. Naja, jetzt ist natürlich klar, wir sind ein Säugetier, das ist ein Fadenwurm. Aber immerhin ist es interessant, dass solche Spurenelemente nun an mehreren Universitäten weltweit diskutiert wird. Welche Wirkung hat nun Lithium auf den menschlichen Körper bzw. ist Lithium wirklich mehr, als wir bisher vermutet haben? Man fand immerhin heraus, dass geringe Lithiummengen in den Lymphknoten, in der Leber, in der Lunge und sogar in unserem Gehirn vorkommen. Und das schließt ja den Kreis, denn in der letzten Sendung haben wir uns darüber unterhalten, dass Lithium ziemlich stark positive Wirkeinschaften bei manisch-depressiven Menschen machen konnte. Entdeckt wurde Lithium vom Schweden Johann August Arvetsson, der auch als Entdecker des Lithiums gilt, denn er hat Mineralfunde auf der Insel Ute in Schweden analysiert und konnte dieses Mineral feststellen. Ja, es ist ja immer schwierig, wenn man etwas Neues entdecken will, von dem man nicht weiß, wie es aussieht. Man kann ja viel leichter etwas nachweisen, wenn man genaue Struktur kennt. Und so war dieser Schwede tatsächlich ein Tüftler. Berzelius übrigens war sein Lehrer. Und Berzelius, dem hat er diese neue Substanz vorgestellt und weil das Ganze ja aus dem Stein kam, sagte Berzelius, wir nennen es Lithos. Lithos griechisch, der Stein. Ja, genau, aber man lehnte sich an die damals schon bekannten Alkalimetalle Natrium und Kalium an und hat sich dann für die lateinische Form Lithium entschlossen. So ist es auch heute noch bekannt. Ja, Lithium in der Erdkruste kommt mit einer Konzentration von 0,006 Prozent vor. Ja, und damit ist es deutlich seltener als Zink, jedoch häufiger als Kobalt, Zinn und Blei, die auch in der Erdrüste vorkommen. Ja, Lithium kommt praktisch auf dem gesamten Erdball vor und wird dort auch abgebaut. Allem voran kann man vielleicht Chile und Australien nennen, die sehr hohe Mengen produzieren. Aber auch in Europa gibt es Städten wie beispielsweise in Kärnten, im Bezirk Wolfsberg oder auch in der finnischen Region Österbotten. In Deutschland wird im Erzgebirge, in Spanien bei Almendra, aber auch in Portugal Lithium gewonnen. Ja, sogar im Harz hat man bereits 1923 die ersten Lithiumverbindungen abgebaut. Und 2025 sollen in der bedeutenden Lagerstätte in Österreich und Finnland dieses Spurenmineral gewonnen werden. Nämlich aus Salzwasser oder Thermalwasser. Das ist interessant. Die Gewinnung ist sehr aufwendig und teuer und da fragt man sich natürlich, lohnt sich das? Doch weltweit steigt die Nachfrage nach diesem Mineral, denn aufgrund seiner Eigenschaften wird es in sehr vielen Elementen in Verbindung gebracht. Und wir können es heute aus dem Alltag uns gar nicht mehr wegdenken. Ja, allein der ganze Bedarf durch die Elektromobilität oder die ganzen E-Bikes, die Fahrräder zu Hause enthalten in den Batterien. Ein Akku. Richtig. Und dieser ist auf Lithium angewiesen. Genau, die Batterien der Lithium-Ionen-Akkumulatoren helfen tatsächlich in dieser neuen Welt dauerhaft Strom zur Verfügung zu haben, egal wo wir uns befinden. Ja, im tiefen Tal oder auf der höchsten Spitze. Aber in der Atomphysik benötigen wir Lithium ebenso für die Erforschung von Quantengasen. Lithium-6 als einziges Alkalimetall hat ein stabiles, fermionisches Isotop. Mega. Hätte ich nie gedacht. Das heißt also, Lithium eine wichtige Substanz. Und nun kommt der Sprung. Du weißt ja, Benjamin, anlässlich des 200. Geburtstags, Wilhelm-Heinrich Schüssler, dem guten Biochemiker, haben wir ein kleines Lehrbuch geschrieben, der Grundsalze 1 bis 12 plus der Ergänzungssalzen. Und die Nummer 16 der Ergänzungssalze ist Lithiumchloratum. Das ist ein biochemisches Ergänzungssalz mit unglaublicher Wirkung. Man verwendet es in der Potenzstufe D6 mehrmals am Tag. Ein Mittel nicht nur für die Psyche, sondern auch Körperzellen zu aktivieren, entgiftende Prozesse einzuleiten. Tja, das heißt also, wer könnte davon profitieren? Alle Menschen, die natürlich in so einer manisch-depressiven Gemütslage verweilen, die auch mitunter starke Stimmungsschwankungen haben, von Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt. Wenn man Lithium Nummer 16 jedoch anwendet, in der D6, gibt man Signale auf die im Körper befindlichen Mineralien, wie wir ja gehört haben, Lithium, auch unter anderem im Gehirn, der Leber. Das heißt also, wir regulieren, es ist eine Regulationsmedizin. In der D6 haben wir das Mittel Lithium in einer 1 zu einer Million Verdünnung. Es ist also ein homöopathischer Effekt, eine signalvermittelte Reizgebung auf das Zellgefüge unseres Organismus. Und deswegen ist es natürlich klar, dass wir hier regulierend positiv Einfluss nehmen können. Patienten, die die Nummer 16 benötigen, sind meistens nachts und in Wärme so aufgeladen, dass sie ohne Decke im Bett sich befinden. Spannend, oder? Frauen zeigen vor der Menzis eine Verschlimmerung im Rahmen eines Prämens zu einem Syndroms. Eine deutliche Besserung tritt bei diesen Patienten nach dem Essen auf, sowie nach Bewegung oder wenn sie eine große Portion Harn entleert haben. Das heißt also, diese Regulation, die Steuerung, kann, wie ihr hier sehen könnt, auf verschiedenen Ebenen des Organismus sich zeigen. Es ist eine Störung, wenn der Körper sehr viel Wasser einlagert, beispielsweise in Folge Übersäuerung in das bindige Gewebe, in das Zwischenzellgewebe. Und wir geben dann das Signal Lithium als Lithiumchloratum D6. So ordnet der Körper, gibt eine Reizvermittlung an dieses Bindegewebe, dieses wiederum regt die Niere an und eine größere Menge Harn wird ausgeschieden und damit natürlich gleichzeitig auch alle Gift- und Stoffwechselendprodukte, die zügig den Körper verlassen sollten. Das hört sich jetzt aber so an, als wäre Lithium ein Entgiftungsmittel oder ein Entsäuerungsmittel? Ja, ein Regulationsmittel erster Güte. Und wir haben ja tatsächlich auch festgestellt, dass die etablierte Medizin noch sehr viel forschen muss, um herauszufinden, ob Lithium nicht zu einem der besten Spurenelemente für unseren Organismus zählen wird. Ja, prinzipiell geht es ja immer darum, keine Symptome zu behandeln, sondern den ganzen Menschen und entsprechend auch den Stoffwechsel dann an den notwendigen Stellen zu unterstützen. Kannst du diesen Zusammenhang oder die Wirkung von Lithium oder Lithiumchloratum anhand eines Fallbeispiels vielleicht erklären, Peter? Fällt dir da jemand ein? Ja, in der Tat habe ich dir einen spannenden Fall aus meiner Praxis mitgebracht. Und zwar war das ein anfangs 40-jähriger Werkzeugmacher und das war schon ein bisschen ein kleiner Lebemann, der immer gut aß, auch ein leckeres Bierchen nicht abgeneigt war. Und eines Tages kam er dann zu mir, weil er schon zweimal einen heftigen Gichtanfall hatte. Bei dem Gichtanfall steigt der Harnsäurespiegel über das normale Maß hinaus an, meistens so auf 9 Milligramm pro Deziliter. Und jetzt kam er und er sagte, er fühle sich nicht wohl, er habe seine Fröhlichkeit verloren, er zeigt eher eine missmutige Stimmung und somit tauchte er irgendwann mal in meiner Sprechstunde auf. Er hat früher über 9 Wochen lang einen Harnsäuresenker namens Alloporinol eingenommen und mittlerweile schmerzten ihn nicht nur die Kniegelenke, sondern auch andere große Gelenke wie die Schulter und die Hüfte. Und deswegen trug er den Willen in sich, hier etwas zu unternehmen. Eine Änderung muss herbeigeführt werden und morgens, wenn er aufwachte, war sein ganzer Körper, so berichtet er mir, völlig steif. Die Arme, die Beine und er hatte die größte Mühe aufzustehen. Seit anderthalb Tagen leidete er auf einer linkseitigen Hexenschuss und das war letzten Endes der Punkt, dass er akut in die Sprechstunde kam. Ja, was tun? Was würdest du empfehlen? Natürlich haben wir gesagt, dass er andere Nahrungsmittel wie zum Beispiel Fleisch, Wurst und Käseprodukte, die ja ziemlich den Stoffwechsel überlasten können, weggelassen werden sollten, gemäß einer vitalstoffreichen Vollwerternährung nach Dr. Max-Odo Brucker und er solle regelmäßig den pH-Wert im Urin messen, denn dieser sollte in der Zeit zwischen 9 und 18 Uhr bei einem Wert von 7 bis 8,5 oder höher liegen, aber unser Patient hatte bei den ersten Messungen nur Werte zwischen 5 und 6. Das heißt also, er war dauer sauer. Und das letztendlich habe ich bei oft chronisch kranken Patienten und hier ist natürlich eine strenge Führung des Patienten unvermeidbar, um das Ziel zu erreichen, also sprich, ohne Hörnsäure-Tabletten zu leben. Und das war ja der sehnlichste Wunsch von meinem Patienten Maiko. Orte Teil bekommt er und seine Ehefrau von meiner Diätassistentin einen Ernährungsplan ausgearbeitet, ausgehändigt und an dem soll er sich einfach orientieren, entlanghangeln und vor allem gesunde, vitalstoffreiche Kost zu sich nehmen. Innerhalb von drei Monaten und das ist das Interessante, er hat die Ernährungsumstellung befolgt, nahezu Lithium Chloratum D6 Schüsselsalz Ergänzungsmittel Nummer 16 in einer D6 mit drei mal fünf bis sechs Tablettchen am Anfang, später dann reduziert drei mal eine und innerhalb diesem Zeitraum hatte er keinen einzigen Gichtanfall, er hatte keinen akuten Ischers mehr, er überprüfte regelmäßig den pH-Wert im Urin und falls dieser wieder abfällt, Richtung fünf, nahm er basenreiches Gemüse vermehrt in seinen Speiseplan auf. Kurzum, mein Patient war mit dieser einfachen Behandlung seiner erhöhten Harnsäuerwerte sehr, sehr zufrieden, denn es war günstig, er konnte seine Essgewohnheiten fast ohne Probleme im Alltag umsetzen, das Essen schmeckte ihm hervorragend, es war nämlich schmackhaft zubereitet und wie sagt es schon Dr. Brucker immer, schmecken muss es. Schüssel Salze haben ja ganz prinzipiell den Vorteil, dass es sich um sehr sichere Arzneimittel handelt, also auch hier eine sichere Möglichkeit, Lithium dem Körper zuzuführen. Oder das feindliche Lithium in die richtige Position in den Zellen zu bringen, denn wir geben ja nur ein Signal und das ist das Besondere, denn damit können wir nichts überdosieren, das ist eine einfache Möglichkeit, die auch der Laie ohne weiteres bei dem entsprechenden Krankheitsbild anwenden könnte. Hier sollten wir vielleicht auch noch darauf eingehen, dass es ja Lithium Präparate gibt, die einerseits verschreibungspflichtig sind, durch Ärzte weitergegeben werden müssen und es gibt Lithium Präparate, die als Nahrungsergänzungsmittel frei verkäuflich sind und bereits in der letzten Folge und auch heute sollte klar werden, dass es Überdosierungen von Lithium Verbindungen geben kann und hier natürlich die Frage an dich Peter, wie kann es sein, einerseits frei verkäuflich, andererseits verschreibungspflichtig? Naja, die Menge in den Freiverkäufen ist natürlich deutlich geringer als die, die man vom Arzt rezeptiert bekommt, aber ich bringe ja immer das tolle Beispiel mit Ibuprofen her, die 400 Milligramm ist frei verkäuflich, die 600 ist rezeptpflichtig, ich kann aber auch mit 10 Tabletten 400 Milligramm 4000 Milligramm meinem Körper zuführen und dann habe ich die deutliche Grenze weit überschritten. Also da hinkt manchmal die Logik hinterher und der Gesetzgeber hat irgendwelche willkürlichen Regelungen getroffen, die man nicht immer klar nachvollziehen kann. Wir merken uns, dass eine intensive Überwachung notwendig ist. Es zeigt sich aber, dass beispielsweise Forschung des Privatdozenten Dr. Niels, der ja in der Uni Freiburg tätig ist, durchaus Hoffnung uns machen lässt, Lithium als wichtiges Element zukünftig als Spurenelement betrachtet und in der deutschen Bevölkerung, was Studien ergeben haben, eine reduzierte Menge im Grundwasser oder in der Zuführung durch die Speise erfolgt, durchaus eine größere Bedeutung haben kann. Also, ich denke, das ist nicht das letzte Mal, dass wir über Lithium reflektieren, wir werden auch zukünftig mal dieses Spurenelement des Alkali-Metall näher betrachten und bis dahin gutes Gelingen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir möchten euch herzlich einladen, auch mal auf unserer Homepage vorbeizuschauen unter wir-du-natur.de Ja, Benjamin, unser Buch sollten wir natürlich an dieser Stelle auch erwähnen. Es gibt es nämlich in jeder Buchhandlung, ist mittlerweile in der dritten Auflage erschienen, die Schüsselsalze, die praktische Einwendung einer modernen Mineralstofftherapie bei Lüchow und wer es noch nicht hat, sollte sich umgehend besorgen. Wir packen euch die Infos nochmal in die Shownotes. Bis bald. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für dich gefunden werden. Ich bin für dich für dich haste sind. Untertitelung des ZDF, 2020